Der Waldbauverein Sense ist die Vereinigung der privaten Waldeigentümer des Sensebezirks. Es sind aber auch Gemeinden und Pfarreien Mitglieder bei uns. Wir zählen ungefähr 300 Mitglieder und bewirtschaften eine Fläche von ca. 1000 Hektaren. Das Ziel unseres Vereins ist die Forstwirtschaft und die Waldnutzung bei unseren Mitgliedern zu fördern und sie zu unterstützen und ihnen nötige Informationen mitzugeben. Wir haben aus diesem Grund auch ein Handbuch erarbeitet, der Sensler Wald. Es ist eine Wegleitung zur erfolgreichen Waldbewirtschaftung. Eines der Hauptziele unseres Vereins ist es auch, die Holznutzung im Privatwald zu fördern. Deshalb haben wir begonnen, in den letzten Jahren koordinierte Holznutzungen zu planen und durchzuführen. Hier sehen Sie ein Beispiel, wo in diesem Frühling eine solche Holznutzung durchgeführt wurde. Es wurden etwa 1000 Kubikmeter Holz herausgenommen. 14 Waldeigentümer waren daran beteiligt und haben ihr Einverständnis gegeben. Die Planung des Holzslagers hat in etwa zwei Jahre gedauert. Und die Realisierung ist nur möglich in enger Zusammenarbeit mit den Waldeigentümern, des Forstdienstes und des Waldbauvereins. Hier sehen Sie gut das Beispiel einer nicht bewirtschafteten Fläche und der Fläche, die diesen Winter in koordinierten Holznutzung genutzt wurde. Wir sehen sie nicht dazu in den Hühnerinetzungen. Hier sehen Sie die Gudmer. Lachen